So, haudi und willkommen zurück zu Pokémon-Kroma. Ähm, bis hierher und nicht weiter. Wir kämpfen jetzt gegen einen Tönoropelrüpellin. Äh, ja, die haben heftige Pokémon, haben wir in der letzten Folge festgestellt. Ich hab, wir müssen mal gucken, dass wir die jetzt, äh, besiegen können. Ich weiß gar nicht, warum... Okay, doch, das geht. Und dass wir hier unseren Milzer erst mal trainieren. Golband, okay. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt, sag ich, irgendwie verlieren sollten oder es so weitergeht, dass wir immer wieder zurück zum Pokémon-Center laufen, dann werde ich mir definitiv, ähm, mich nochmal in diese Hülle begeben und alle meine Pokémon aufhelfel 20 trainieren, weil das geht gar nicht. Hier, guck dir das mal an. Ich hab nur dieses Chillock, was ich einsetzen kann. Ähm, boah, sind die brutal. Finde ich aber auch ganz geil, dass man wirklich mal mehr, äh, was machen muss, wenn man nicht alles zugeschissen bekommt. So eine Art Pokémon-Spiel für Ältere, ein bisschen schwieriger. Finde ich eigentlich ganz gut, aber es ist schon heftig hier. Also jetzt bei mir im Spielfluss. Da muss ich offscreen auf jeden Fall mal trainieren oder so eine Folge zwischendurch reinschieben, wo ich nur am Trainieren bin. Rapid Spin. Ist das Turbo-Dreer? Ich glaube, es ist Turbo-Dreer. Ich werde sowieso nicht einsetzen, aber ich bring's dem Pokémon bei. Du bist weit gekommen, aber hier ist Schluss für dich. Mann, ich bin echt gespannt. Ich bin... Ah, die Story, die ist wirklich packend. Das kann man dir anders sagen. Weil, es ist so Sachen, die sind so... Teilweise sind ja selbst erklärend bei Pokémon-Spiel. Aber hier, du kommst angelaufen, ich brauche Hilfe und du weißt nicht, was los ist. Weil du im Grunde nichts über diese Team Rocket-Leute weißt. Du weißt, das sind die Bösen, aber das war's auch. Was tritt man denn für ein Scheiß-Pokémon? Kann ich ja nichts machen. Vor allem, ja, ich hab's begriffen, dass nochmal attacken kann, die Wirkung kann mich am Empfangen bringen. Vor allem so, egal was ich mache, meine mitbesten Pokémon sind ja schon tot. Noch dazu, Alter. Es ist ja mein, ähm, Milza und mein, mein Dusselgur sind ja schon weg. Ich bin gespannt. Okay, meine Watergun einsetzen, das ist gut. Ähm, nein. Ich bin gerade richtig überfallen, Alter. Ja, ein Sibona. Chillig. Das ist... Ich bin tot. Ich hab auf jeden Fall gespeichert vorhin. Ich hoffe, der kann überhaupt was. Tackle, Rocksrow. Oh, chillig. Super effektiv. Macht kaum Schaden. Guts. Super effektiv. Ja, hab ich noch einen Trank dabei? Ne, hab... Ja. Ich will nicht gleich wieder in diese komische Welt da rein. Ich hab's zurück gespeichert. Oh, ich bin gespannt. Jetzt haben wir hier noch unser... Den Yaskara. Das Kratzerkern. Und Cut. Ja, ich bin tot. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt wieder aufwache. Ah, gut. In dem Pokémon Center. Aber es ist schon wieder Englisch. Sieht gar nicht gut aus. Pokémon FB hailed. Ich hab hier Exil. Ah, doch. Wir sind hier rausgekommen. Ich weiß nicht, warum es jetzt immer auf Englisch ist, wenn ich einmal sterbe. Aber... Im Moment sind wir in der richtigen Umgebung. Kesselberg. Da ist es wieder Deutsch. Und hier kann ich ja zum Glück schon mal durchrushen. Jetzt wissen wir, ob das versterben könnte. Und das ist schon mal gut. Ach stimmt, gegen die hatte ich gerade verloren. Die sind die Bonner. Ah, das bringt mir auch nichts. Egal, was ich mache. Ich bin ja im Grunde direkt tot. Hier erstmal so ein Drift-Lorn. Warum hat der denn einen Drift-Lorn? Hier, ein Drachen-Gut. Los geht's. Das ist schon wieder super effektiv, oder nicht? Ja, komm doch mal. Zack, alles klar. Blöster Dreck weg. Naja, ich... Wenn ich nochmal tot bin, gleich... Ich werde jetzt nochmal so lang kämpfen, bis ich tot bin. Und dann... Ach ja, ich kann ja auch nichts einsetzen, außer... So lang kämpfen, bis ich tot bin. Und dann werde ich nochmal meine Pop-A-Lop-Linit 20 trainieren. Da gehe ich in diese Höhle rein, gehe ich nach oben. Da, wo wir nochmal... Wenn wir links abgebogen sind, gehe ich nach oben. Guck mal, was da abgeht. Das geht ja gar nicht hier, Alter. Ja, komm, jetzt nochmal noch Schiller-Groaf-Spillen. Watergun. Das ist ein kritischer Hälterhut. Das ist gar nichts. Schiller-Groaf-Spillen ist halt der einzige, der dagegen anstecken kann, weil er einfach schon Level 20 ist. Und ansonsten habe ich keine Schnitte gegen die. Nein, ich will das behalten. Der 70, ey, das geht ja echt. Da muss ich immer gleich echt trainieren. Das sieht ja nicht mehr was ab. Das ist es ja. Da kriege ich richtig einen reingedrückt, hier. Zack, Finte. Heißt, glaube ich, Finte. Fight Attack. Da kommt das Gnett. Ja, ne, warte mal. Ach, als ob, guck mal, ich habe gerade mit fünf Pokémon, habe ich gegen ihn verloren. Na gut, immerhin. Super effektiv. Ich gucke jetzt, was hier noch. Ja, ne, da brauche ich gar nicht hochgehen. Da kann ich jetzt erstmal gleich wieder zurückgehen. Ins Pokémon Center rushen. Und meine Pokémon heilen, weil da habe ich echt keine Schnitte gegen die. Da sehe ich aber ganz alt aus. Das werde ich jetzt auch machen. Hallo, na. Beim besten Willen, also. Ist es gut, dass man nicht einfach mal so durchwaschen kann. Aber da muss ich immer trainieren. Jetzt ist es noch wieder deutsch. Gut, das war wahrscheinlich nur ein Fail da im zweiten Part. Im dritten Part, im zweiten Part. So, bis bald. So, jetzt hier runter. Kannst du mal was gucken? Pokémon, ich habe... Ich werde den Epitaler... Den lasse ich jetzt mal bei ihm. Herr Dharos Level 13. Willst du? Gut, das lasse ich erstmal alles so, wie es ist. Geh mal hier oben rein. Ach, Mann, da komme ich nicht durch. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, muss ich sagen. Ich muss hier wohl ein paar... Ein paar Gesteins-Pokémon wegknüppeln. Auf Level 13, das geht ja auch noch voll. Na, doch. Müsste eigentlich klar gehen. Das ist ein Dual-Shop. Ach, guck mal. Wir finden doch noch ein paar Steine an den Kopf. Ja, vier Times, danke dafür. Achso, das ist das gleiche Mal wieder nach dem Routen, oder dass ich dann da... Okay. Sind hier aber Pokémon? Ja, ich glaube, da sind keine Pokémon neben dem anderen da. Oh, ein Dick da. Werde erstmal alle auf Level 20 bringen. Ich trainiere jetzt noch ein bisschen hier, erzähle ich noch ein paar lustige Sachen. Und dann mache ich das Off-Screen. Das geht ja gar nicht, wenn meine Pokémon so schlecht sind. Wobei, komm, dann mache ich hier den Cut vom Part. Ja, komm, voll, die Cutter ist okay. Hier, zack, Dual-Shop. So, dann mache ich hier den Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn alle Pokémon auf Level 20 sind. Weil das... Dann muss ich euch ja nicht damit aufnehmen, ist ja auch nur langweilig. So, ich bin ja schon über 13, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Tschüss. Tschüss.